Hallihallöchen und Willkommen zurück bei P-p-p-paradise B-b-bay Ja, fütter eine Aufgabe, fütter eine 5 Tiere, Handelsspiele-Aufgabe, mhm, mhm, mhm So, und wir können tauchen, tauchen So, eine Stunde Zeit zum Tauchen, gehen wir hin, hoffe ich, ich hoffe es So, wir schauen mal eben, was die Handel spielt. Müssen wir noch öffnen. So, ein hübscher V ist der Hauptpreis. Erliegen zwei Bootsanfragen. Ja, das soll man hinkriegen. Hoffe ich nicht. Zack, damit haben wir zwei Bootsanfragen erlischt. Ich bin taub, bin taub, 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 taub. Ähm, ich glaub, Glas brauchten wir jetzt noch, ne? Ich glaube, Glas brauchten wir noch. Was brauchte man für ne Zeustin? Ich schaue mal. Wir schauen mal. Wir brauchen Glas. Ey, wir können, wir können herstellen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Gut, ist das. Zwei brauchen wir auch noch. Und wir brauchen noch Muscheln. Mupfeln. Wir brauchen Mupfeln. Wir brauchen Mupfeln. Na, da muss ich mal hin. Oh. Wir haben keine... Haben wir noch mehr. Ist alle. Ist alle. Aha, gut. Dann... Machen wir das halt so. So muss das. So, und hier auch zack, weg. Äh, hier. Reiß. Es ist der Reiß. So ein Scheiß. Reiß. Dü, dü. Ja. So. So, einfach mal. Dü, 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 dü. Level 10 geschafft! Tadaa! Na, jetzt aber. Schockschwere Not, ey. Bin mit Dr. Who durch. Das ist, äh, nicht so schön. Das sehe ich aber nicht so schön. Weiß ich. Zack! Hau auch durch dann. Wollen wir uns direkt die Belohnung einkassieren hier? Was ist denn das? EP, glaube ich. Es sind viele EP-Punkte. Dü-dü-dü. Achso. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. De-dü-dü-dü-dü-dü. De-dü-dü-dü-dü-dü. Blallallallee. Ahh, mir fehlt Treppe! Mi fehlt Trepp. Van, nep, mir fehlt die Treppe. Ähm. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ach so. Gar nichts mehr. Wir brauchten nur zwei Muscheln eigentlich. Ja, was ein Glück, da war ganz viele losgeschickter. Nicht so schlimm. Da gibt es Schlimmeres. So, verkaufen wir da ein paar Kleinigkeiten. Das können wir ja alle neu machen. Das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Dämmer. Du, 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 du. Du, 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 du. Da wurde schon die erste Sache verkauft. Müssen wir hier kicken, was wir verkaufen können und was nicht. D, E generell. Achso, da kann ich mir nochmal drei von verkaufen. Das ist natürlich, naja. Dann verlaufen wir hier auch nochmal den Rest. Wir schauen einfach mal, wie wir ein bisschen hier Platz kriegen können. So, da auch nochmal, ne? Weg. Weg. Die Sandra war zu Besuch. Hallo, Sandra. Ja, mein Gott, hier. Was geht denn hier los? Was geht mir da? Hier verkaufen wir übrigens nur fünf. Ich hätte teurer machen. Naja, egal. Ja, ich glaube, dann haben wir das eigentlich so, genau. Alles beim Alten, alles wieder gut. Alles tutti, alles booty. Ja gut, der Kaffee. Ja, der Kaffee. Und der Ananas. Der Ananas. Jetzt ist wieder alles voll, das kann gar nicht. Ja, es ist doch wieder alles voll. Nein, Gott. Dann machen wir mal ein bisschen Kaffee hier. Ein bisschen Kaffee herstellen. Wir müssen ja eh... Uh. War jetzt nicht so, dass man nicht wollte. Aber... Geht auch. Geht ja auch. Machen wir hier noch so ein bisschen Ananas. Was... Gegrillt. Da. Da... Kommt die Vanille hin. Na. Irgendwie blockiert meine Maus. Augenblicklich ein bisschen. Zeit mal alles wieder sauber zu machen. Bisschen Rechner auch mal wieder auseinander bauen. Und dann auch mal wieder schön entschlacken. Sagt man, ne? Entschlacken. Lala. 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 Entschlacken. Ja. Staubfrei machen halten. Äh. Okay. Ja, ja. Jetzt muss nochmal wieder staubfrei alles gemacht werden. So, ein Level-Up hatten wir übrigens auch. Auf 49. Das ist schön. So, wir gucken mal eben, was er denn hat hier. Post für den Tiger. Nur ein Brief heute. Er ist für Sie, Picke. Für mich? Hoffentlich nicht schon wieder eine Klame. Hä? Was ist los, Picke? Alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Ich muss los. Mein Schatz rausbuddeln. Ich hab's ja gewusst. So. Äh, Moment. Hoppa. 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 Das machen wir gleich. Wir gucken gleich, was er braucht. Zuvor möchte ich aber gerne... Ja. Ja, und was hier. Vielen Dank, allen... So, was braucht der Picke denn? Aha. Okay. Der braucht hier... Zwei Fässer? Oder was? Was muss ich hier jetzt nochmal herstellen? Noch zwei Fässer? Mhm. Und hier ordentlich. So, dann können wir nämlich hier auch das mit dem Schatz abschließen. Hoffe ich. Hoffentlich. So. Schauen wir mal auf der Schatzkarte. Hier, geh mal hin. Hier wollen wir hin. Hier ist alles Tutti. Hier ist alles Tutti. Mein Gott, wie viel CP wir hier kriegen. Sollen wir dann Träumchen. Zack. Ein Fußknochen. Oder sowas ähnliches. Ach ja. Hier gucken wir auch... Hier wollte ich eigentlich mit dem Hammer... Hallo, Hammer. Ja, Hammer, Hammer. Da war nix. Ich hätte jetzt gedacht. Ah, da ist was. Okay. Okay, ich hätte... Ich hätte jetzt nicht gedacht. Naja. Man soll ja nicht denken. Für geduldig. Ja, das Kieferknochen. Oder Unterknochen. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ist krank's drin? Alter. Naja. Befahren wir uns das mal noch auf. Ei. Guck mal da. Wie haben wir denn da? So, machen wir auch wieder ein bisschen Treppstüvchen. Hier machen kann es alles, ne? Die will ich nicht eintauschen. Ja, die. Von mir aus. Die will ich aber nicht eintauschen, weil wir brauchen... Wir brauchen halt die Treppen für hier. Paddel habe ich genug. Wollen wir denn sonst hier noch irgendetwas? Hat er denn was für uns? Ne. Muss mal im Husten. Moment. Husten ist immer so ne Sache. Ja. Hm. So, hier ist noch ne... Schatz. Ein Schatz. Hier ist ein Schatz. Hier ist noch ein Schatz. Achso. Ich bin bei einer Bambuse. Ah, Mann ey. Nehmen wir einfach mal so mit. Mann weiß ja nie. Mann weiß ja nie. Und fangen wir hin. Immer mit so schwerigen... Äh, schwierigen. Schwierigen Sachen an. Schwierigen. Versteh's nicht. Guck mal, bei Freunden, was da so los ist. Ja gut, wir können... Wir können Tiere füttern. Dann machen wir das einfach mal. Achso. Hier ist auch schon das erste Tier. Hallo. Hallo. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte das Tier füttern. Hier... Kommt nirgendwo dran hier, ey. Zu viele Tiere. Weiß gar nicht mehr, welches Tier ich wo treffe. Hallo. Hier haben alle so schöne Tiere. Nur ich nicht. Oho. Hab ich gleich geupdatet hier schon. Äh, gelivelt, ey. Allein durch die Tiere. Na gut, das jetzt vielleicht nicht, aber... Dann fuhl doch gleich weg. Bei einer Person, ey. Ja gut, das gibt auf jeden Fall einen guten Zünder hier. Madeleine! Madeleine! Lass mich gehen! Madeleine! Hier ist das Lama von Yokohama. Hat sich so vorgestellt auf jeden Fall. Hallo. Ich würde gerne hier klicken dürfen. Und auch der Osterhasi. Dann hab ich gleich nämlich alles... Na gut, jetzt hab ich relativ viel los. Muss wieder viel herstellen. Aber dann haben wir auch viele Punkte gemacht. Dann haben wir auch relativ viele Punkte erreicht. Ja, kann man mal machen, finde ich. Das geht schon. Ach ja. Ach ja. Kaffee. Kaffee, ole. Oh. Laa. La 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 la. Komm, wir machen noch mal ein paar... Langbar auch nicht, ne mal. Ja, gut. Geht aber. Ich brauche einfach viel mehr... Viel mehr Platz eigentlich. So, er will uns noch vier Stunden hier behalten. Mal sonst noch hier. Hier haben wir gar nichts mehr. Tierreservat. Der gute Picke. Der gute Picke. Na, ich hab's schon... Hab ich hier. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Ja, irgendwas muss man ja auch immer zwischendurch mal verkaufen. Damit man mal ein bisschen an Kohle kommt. So, was haben wir denn hier überhaupt? Ja gut, die Deko-Kram haben wir viel. Das werde ich irgendwann, wenn ich mal, wenn, wenn wir mal, weiß ich nicht, vielleicht live streamen oder sonstiges, falls ich das mal kann, wieder... Dauert ja mal so eine Sache. Dann werden wir hier einfach einen Umbau machen. Dann werden wir einfach einen Umbau machen. Vielleicht streamen wir das dann auf YouTube. Wie gesagt, mein Internet, das ist ja die Hülle hier im Moment. Dann machen wir dann mal einen Livestream bei YouTube und dann werden wir mal hier alles umbauen. Ein bisschen schöner gestalten halt. So. Der Rest kommt jetzt hier rein. Zack. Eine Kiste gekriegt. Ja gut, super. Dü, 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 dü. Dann werden wir nämlich hier einfach, ne, alles neu dekrokrieren und allen Pipapo machen. Habe ich mir mal so überlegt, ob wir das nicht dann so machen sollten. Kann man ja eigentlich auch. Dann machen wir das, ne, machen wir das einfach in so einem Livestream oder so. Dann koche ich immer hier alles neu und um und so ein bisschen vielleicht bezogen und, äh, ja. Finde ich ein bisschen schöner halt, ne. Wie man sich das halt wünscht, ne. Ja, so halt. Ja, Freunde. Ich wüsste jetzt augenblicklich nicht mehr, was wir hier noch vorantreiben könnten. Eigentlich leider gar nix. Das heißt, wir haben wieder nix geschafft. Das ist immer schlecht. Eigentlich. Hm. Gut, wir könnten noch mal hier ein bisschen was verbinden. Ne, können wir nicht. Mann. Ah, ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ah, das ist jetzt. Mega ärgerlich. Ich hab's... Ich hätte vielleicht mehr vorbereiten sollen. Hm. Hm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Livestream gehen würde, mal angenommen, dann wäre die Quali somit von miserabel. Weil, ähm, wie gesagt, mein Internet ist echt mies. Ich hab mal einmal, ich glaub, letztes Jahr live Minecraft gestreamt. Da haben wir einfach nur ein bisschen rumgebaut, rumgebastelt. Es war so schlecht, ähm, man konnte, glaub ich, gar nichts erkennen. Muss noch mal nachgucken. Hab ich, glaub ich, unter Livestreams, äh, gespeichert. Nein, was hab ich denn jetzt gemacht? Nein, warum mach ich das? Weil ich doof bin. Alter. Ah. Verklickt. Verklickt und zugenäht, Mann. Manchmal möchte ich mich ohrfeigen. Ich will auch wenn ich irgendwo hinklicken. Wenn die Maus mal einmal so stocken bleibt, weißt du? Naja. Kann ja mal passieren. Gut, Freunde. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir schauen dann mal, vielleicht kündige ich das noch an, wann der Livestream sein werden würde. Äh, hier für se, äh, 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 für se Drivers, ne, ist klar. Äh, für, ähm, Paradise Bay. Vielleicht kündige ich das an bei mir im Forum, bei Twitter. Oder eben auch, ähm, dann gerne bei mir im Forum. Und natürlich auch bei, bei, bei YouTube. YouTube. Bei Jotop. Bei Jotop kann man ja auch ankündigen, Streaming ankündigt machen. So, auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Oder bei The Tribes. Oder beim anderen Let's Play. Vielen lieben Dank. Auch wenn wir nicht so viel geschafft haben. Aber, naja. Man kann nicht alles haben. So, Knie erstmal nieder. So. Ciao mit V. Euer Johnny. Sorry. So.